ARD Text im Auftrag von Funk Okay, doch nicht. Schade. Aber es ist den Berg hoch gegangen, also hattest du schon recht. Daaaammnnn Gott, hab ich den Typen schlecht getroffen. Ja, klar. Double Horse Kill Easy. Ja, ist halt auf... also, ist ja eh besser, wenn du im Pferd drinne bist. Oder drauf bist. Oh lol, da war's für ein Pferd, ich hab euch einfach 60 Geld gegeben. Ah, dumm. Warum kommt der Tank Sniper? Es geht ab, der Bomber, ey. Ah, einer aus dem Bombo ist gebailt. Ein Artillerie-Trap da oben. Legen. Guck. Ich wollte zurückschrauben damit. Ja, das wäre auch gerade. War das nicht gestern irgendwas? Ja, kam halt rein, das erste was er macht, lässt erstmal einen richtig raus. Ja. Also, wenn nur du im Test bist, dann benebe ich mich irgendwie mit der Assis. Ja, bei einer Art, du musst dich echt zurückhalten. Ja. Mein gutes Image zerstört. Welches Image? Welches gute Image? Basti.iso. Haha. Versteh ich nicht. Achso, okay, Image. Jetzt fängt Max auch damit an. Wir sind komplett, Jakob. Du hast uns alle umgeformt. Alles für den Kek. Wobei, ab und zu mal für so einen richtig schlechten Wortwitz war ich immer zugebrochen. Ja, ich eigentlich auch. Das kann Jakob nur Ja sagen. Wieso haben wir keine Pios? Wir sind dahin so viele Leute. Nur 33er unpacked. Wieso rekt durch dein Light Tank? Keine Ahnung. Boah, springt hinter mir runter, failed. Dann kommt No Scope ab. Hm, das war's dann wohl. Der Heavy Tank lebt's noch? Oh, hi auch. Easy, den schaub ich ab. Okay, dann doch nicht. Hat sich nicht gelohnt zu schießen. Ich geh jetzt mal durchs Grauquill. Ich geh jetzt mal durchs Grauquill. Ich krieg immer Trostpunkte. WTF? Alter, wie ich grad nur noch den Leuten gebe. In dem einen Raum waren grad einfach drei Automaticos. Und ne Fromostop Auto drin. Ich krieg immer leicht Angst, wenn man so was piept. Ach, da freut man sich. Killz. Oder Instant Death. Choose one. Ach, scheiße. Cavalry. Naja, hab ich schon gehört. Oh Gott. Ich buch Ammo. Bam. Ah, hier ist Ammo. Also, sie lebt noch, aber jetzt ist sie tot. Komm mit mir. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Der hat ja nur geportet. Der hat ja nur geportet. Da hinter dem Sniper Schild. Ne, den hab ich. Der hinter lag. Kommt ein Pferd wieder. Rape das. Gehen. Nein, nicht zu Pferd töten. Och ne. Hier liegt Ammo. Von mir noch. Oh Gott. Ich hätte nicht aufsteigen sollen. Bei 12 HP. Geh mal Effi, du Captain. Ja. Wollen wir sterben? Ja, wir wollen sterben. Oder muss ich da überhaupt hingehen? Nicht sicher. Ah, ich krieg auch noch Köp-Punkte. Ok, ich krieg keine Köp-Punkte. Du stirbst oder? Ne. Weil, ähm. Sprunganimation abgefuckt und nämlich hingelegen. Ok, ähm. Oh, da ist ein Lighting auf der Flagge. Wo kommt der denn her? Warte doch nicht. Ach. Der Lighting schaut mich an. Ich glaub der hat kein Ammo mehr. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, schon. Ich mein jetzt mit dem K. Junge. Gott, haben die inkompetenten Lighttanks. Das hab ich noch nie gesehen. Du kannst einfach neben dem snipen. Der rafft das nicht. Ich weiß 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 nicht. Oh fuck, Jakob. Sie nicht. Aber ich weiß nicht. Es ist jetzt nicht. Du bist auch mit Trader gefahren, oder, Max? Ich? Ja. Und Angst gehabt. So, er fährt besser als in-game. Ja, ist nicht grad schwer, oder? Ja, er fährt fast jeden Tag Fahrrad. Also tötet du nicht jeden zweiten Fahrrad? Nee. Jeder vierte ist es, finde ich. Er springt immer raus, das Auto geht dahinter hoch. Er springt immer aufs Auto drauf, damit er nicht für immer stehe. Damit er gerafft werden kann. Denn jeder weiß, wenn du im Auto sitzt, kannst du nicht für immer fahren. Ja, das Allgemeinwissen. I'm so sorry. Hä, wo kommt der bitte her? Ich hab gegratet. 0 zu 3, 1 zu 3, okay. Ich bin mal besser als 0. Oh, der war abgestoppt. Links, links ist ein Üzerplopp, Leute. Wo? Wo? Sollen wir mal chillen, die Guys? Oh, wie? Na, ich glaub da ist keiner mehr. Es ist halt wieder so eine richtig abgefuckte Rape-Runde. Fast 40 Kills nach 8 Minuten. Ja, grad mal 20. Shame. Ey, voll der Noopers, die. Ich glaub. Ich würd den zählen, wenn ich du wäre. Hat ja echt nur einer gecampt. Oh, wie? Idiot. Idiot. Oh, ne, fuck da. Der Dreadnought hat ganz schön reingehauen. Ich geh da aber andersrum. Ich geh da aber andersrum. Ich geh da mal um. Als man euch verweilen kann. Das war keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Ich hab grad hochgesprungen. Ne. Wissen, aber man denkt immer so, ja, das ist doch sicher eine gute Idee. Und ich weiß nicht. Runaway. Was? Auf der Flagge sind noch Leute. Auf der Treppe hier oben zum Beispiel liegt noch einer. Ah, er liegt nicht. Er steht da. Ich glaub er ist tot. Oh, ist noch einer. Oh, auf der Flagge. Hä? Wo liegt denn der bitte? Da oben. Da hat da oben ein Mörser aufgebot. Da hat eben einer. Dude, die haben ja unten diesen E-Spawn ja. In dem. Da war die Tür zu. Da war erst mal oben ein Nate gegen die Tür. Und ich war halt zurückblickt da unten. Kriegt mich einer auf E. Stimmt nicht, oder? Ja, doch gleich. Okay. Oh, ich krieg die F-Cap-Punkte auch noch, oder? Oh ja. Taxi. Oh ja. Da oben auf dem Turm ist noch jemand. Glaub ich schon. Der war überhaupt unten, der wo dich angeschossen hat. Nicht. Hinter mir. Der Treppe. Da ist er. Ich bin gerade weggerannt. Kriegt jemand Max? Ah, richtig. Passt. Irgendwo tauschen dann, ja. Okay. So eine Gelegenheit zu finden. Hier liegt doch schon noch ein Kitt rum. Hier. Oh Gott. Ah, ähm, Dreadnought hat er auch 11.000, ähm, 11 Kills. 11.000 Dreadnought Servicestars. 11.000 Dreadnought Servicestars. Ne, 11.000 Dreadnought Servicestars. Seid low, ey. Was? Warum? Den geht der auf mich. Wie viele Leute die oben bei der Anti sind. Fuck. Mh, mach mal auf, Maddy. Der hat echt runtergesprungen hier gerade von dem. Hast du den, Basti? Da ist einer gespawnt, der abartig gelegt hat. Echt. 99 Damage gemacht auf den. Drecksack. Es waren zwei sogar. Ja, der ist noch gespawnt da. Ja, ich hab ja nicht angehattet den anderen. Und einen angehattet. Na, jetzt hab ich ein bisschen aufgeholt. Mh, mach grad nicht mehr so viele. Ah, der Leiter end. Links. Holt ihn euch. Ah. Fehlt auf den. Oh, die einfachen Kits, die man nicht bekommt. Oh ja, grünes Killfeed. Da war's nicht schon immer so. So schön grün anliegt. Der Leiter ist halt fast down von denen. Doch gut. Ja, ich bestäm mich nicht. Das versaut immer die guten Runden auf der Map. Läuft. Wo kommt die hierher bei mir? Hm, ist egal. Kann ich nicht nachfragen. Läuft einfach hin. Fuck off. Na, Dreadnought hat mich. Wir haben einen Standard-Light Tank. Kriegt mich jemand bei dir? Ja. Dankeschön. Dreadnought könnte gleich... Dreadnought könnte gleich wieder schießen hier hinter. Jupp. Boooo 13. Das hast du echt Glück gehabt. Nein, da schieß jemand auf! Mann! Warst du lang genug da? Ja, der hat mich mit einer Short Gun geholt! Wer kriegt ihn? Basti, easy. Niemand. Ne, oder? Ah, doch. Wir haben einen Gewinner. Ja, bei mir lag er ein Push. Ja, bei mir auch. Mann, der war zu schnell für mich, das ist ein Light Tank. Fuck, da ist immer ein Dragon Smite in einem Loch. What? Wobei geschossen an den? Wollt ihr immer noch ein Light Tank? Ja, was soll man dagegen tun? Das ist 2? Da steht auf Minen drauf. Mann, was ist das gerade für eine Runde? Ja! Links oben. Kein Damage gemacht. Heißer Fighter. Ja, jetzt hat er läuft Spree. Ja, jetzt hat er läuft Spree. Ja, jetzt hat er läuft Spree. Ja, ich glaube ich bin in. Auf mein Buddy ist einer auf dir. Ich weiß nicht, ist alle da oder? Ne. Zwei Tode einfach in Folge jetzt. Auf mein Buddy hinten bei dir. Sniper. Ah, das sind ein paar Leute. Ja, wir sind einige. Ja, wir kommen hier nicht weg. Jo, passt schon. Kommt man hier hoch? Oh. Jo, what? Ah, das ist mir neu. Ne. Gut zu wissen. Shit. Natürlich bewegt er sich einen Schritt. Und ich gebe ihm nicht mehr. Oh. Was fährt der mich? 25 Damage. Oh. Oh, lol. Dich hat niemand geholt, Knox. Fuck. Unten. Hat Low, der Typ. Der hat 11 AP. Ja, schon down. So, gehen wir. Oh, Landship. Wirklich? Wehe. Hm. Kann man doch bestimmt von hier Leute spotten. Hör ich da einen Crew des Parallels? Vielleicht. Der fucker, es wird sich ja richtig komisch an bei dir. Füß ich an wie... Unterufer nicht. Wie jetzt ob du irgendwo gegen hämmerst. Knock, 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 knock. Ach, ja. Hm, gehen wir auf die Festung, oder? Geben wir nach D und dann nach D. Wurde gehen. Ne, Festung kürzt mich nicht. Guck mal. Ja, D ist halt ein Landship. Ich muss gleich nach D gehen. Auf Festung haben wir halt. Da muss nix drin gehen. D halten wir auch. Nein. Wir haben jetzt noch ein paar E-Präsidenten genommen. Jetzt können wir doch eh... ... ... ... ... ... ... ... ... Plain einfach mein, mein Calling Ach so, du kennst nur mal der Sniper da drauf Oh lol Habt gesehen hab ich das Pferd geschossen Hast du es echt noch umgebracht? Vielleicht Ich muss meine Führung halten Krieg ich nicht mehr Ich werd hier irgendwo richtig random sterben gleich Ja ich bin doch in der Nähe, alles easy Wo ist denn der? Ich bin's Deathmark Links Links Wow Muss ich dich scheiße anfühlen wenn man grad ein Gegner ist Ja Ich mein, sie haben ja viel in der Ticket, das ist ja gar kein Upfuckstomp Ja, das geht sogar Aber Irgendwie stompen wir sie trotzdem ganz schön Weiß nicht Komisch Na geh, nochmal sterben jetzt und dann passt das Wann sterben wir gemeinsam Komm her Max, wir legen uns hier auf den Boden und sterben zusammen Jetzt kannst du dich selber dafür irgendwas einschlägt So, jetzt stürzt die Bombe auf euch ab Oh Oh Wanns Halt Machen Riesen Smileys Wenn man mehr als zwei Klammern am Stück hat, wird man gebannt. Und was ist dritte heute? Da gibt's einfach Gefängnisstrafe für.